Und mal gucken, ne? Okay, eine Frage hätte ich da noch. Klimawandel. Ihr habt alle so eine unglaubliche Angst davor und ich verstehe gar nicht warum. Da ist ja so, oh, Apokalypse. Ich will euch jetzt mal fünf gute Gründe nennen, warum ihr keine Angst haben müsst vor dem Klimawandel. Ihr glaubt, die Erde geht unter. Ihr glaubt, die Erde geht unter. Apokalypse, Eisbären, Weinen und alles ist im Arsch. Nein, nicht alles. Du musst keine Angst haben. Jedenfalls nicht vor dem Klimawandel. Grund 1. In wenigen Jahren habt ihr es geschafft? Dekarbonisierung ist das Stichwort. Das heißt, ihr werdet gar keine Arbeitsplätze mehr haben. Ihr werdet Hunger leiden. Die Kühlschränke sind leer. Ravioli. Ravioli geht immer. Wisst ihr eigentlich, was ein Dachhase ist? So hatte man früher die Katzen, also wenn die abgezogen waren, dann hat man die verkauft, damit die Leute was zu fressen hatten. Manche haben auch Hunde genommen. Mit Ketchup geht alles. Und wenn dann einer zu euch kommt und sagt, Klimawandel, wir müssen alle sterben, dann sagt ihr zu ihm, verpiss dich doch einfach und lass den Hund da. Grund 2. In wenigen Jahren habt ihr die Nazis erfolgreich bekämpft. Marschieren die nicht mehr durch die Stadt. Dann kommen nämlich die zum Zuge, die ihr aus anderen Ländern hier rüber geholt habt. Die fühlen sich dann richtig zu Hause. Nur eben in Deutschland. Weil die sind jetzt nämlich alle Deutsche. und die dürfen dann wählen. Und die wählen dann nicht die Grünen. Nee, nee. Die wählen auch nicht die CDU. Auch nicht die FDP. Die Linke schon mal gar nicht. Und für die SPD, das ist eine Arbeiterpartei. Okay, dann müssten die hier arbeiten. Das geht ja gar nicht. Und die kommen aus heißen Regionen. Das kann ich dir sagen. Wenn du den Klimawandel sagst, dann sagen die, oh wo? Ist doch wie zu Hause. Ja, und dann stehst du da. Die dürfen dann wählen. Weil ihr das so wollt. Weil wir ja alle total bunt sind. Und dann reden die über neue Gesetze. Vielleicht Gesetze, die mir zu denen passen. Die interessieren sich nicht fürs Klima. Die interessieren sich für Frauenrechte. Die interessieren sich für Religion. Die interessieren sich für Moscheen. Die interessieren sich für alles andere. Nur nicht für euer scheiß Klima. Und dafür wirst du dich dann auch interessieren müssen.